Alusta ist ein Kur- und Urlaubsort in der Autonomen Republik Krim am Schwarzen Meer in der Ukraine mit 29.400 Einwohnern. In Alusta und Umgebung gibt es längs der Küste an die zwei Dutzend Sanatorien, Erholungsheimen, Pensionen und Hotels, wo während des Sommers tausende Menschen, viele auch aus Russland und Weißrussland, ihren Urlaub verbringen. Ein Teil der Gesundungsstätten ist das ganze Jahr in Betrieb. Verwaltung Verwaltungstechnisch gliedert sich die der Stadtverwaltung unterstellte Fläche in die eigentliche Stadt sowie eine Siedlung städtischen Typs. 16 Dörfer und 8 Siedlungen, diese sind in eine Siedlungsgemeinde und 5 Landratsgemeinden eingeteilt. Verkehr Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist Alusta ausschließlich mit Bussen zu erreichen. Direkte Busverbindungen und die längste Trolleybuslinie der Welt verbinden Alusta mit Simpheropol und Yalta. Letztere wird von der Gesellschaft Krimskie Trolleybus betrieben. Der Überland-Trolleybus stellt zudem via Simpheropol den Anschluss an das Eisenbahnnetz und an den internationalen Flughafen Simpheropol her. In Alusta selbst existiert außerdem noch ein städtisches Trolleybus-Netz. Es wird ebenfalls von Krimskie Trolleybus betrieben und umfasst insgesamt drei Linien. Der Schiffsverkehr hat für Alusta hingegen nur geringfügige Bedeutung. Geschichte Die Geschichte Alustas reicht in frühe Zeiten zurück wie die Geschichte der ganzen Krim. Während der Antike befand sich an dieser Stelle eine Ortschaft und im 6. Jahrhundert wurde auf Befehl des byzantinischen Kaisers Justinian I. die Festung Aluston gebaut. Während der Tartaren-Invasion wurde die Stadt um die Festung 1239 zerstört. In den 1380er Jahren bemächtigten sich die Genueser Alustas. Obgleich die Krim damals zum Machtbereich der Mongolo-Tartaren der Goldenen Horde gehörte, die Genueser nannten die Stadt Lusta. Sie bauten die Festung um und verstärkten sie. Ein Teil der Mauer und ein Turm sind noch erhalten. Unter osmanischer Oberhoheit wurde die Stadt 1475 Teil des Sudakadulük innerhalb des Kanada Krim. Sie blieb zunächst eine christliche Siedlung. Die osmanische Herrschaft endete mit dem russisch-türkischen Krieg von 1768 bis 1774. Ab 1802 trägt Alustar den offiziellen Status einer Stadt. Seit 1838 gehörte der Amtsbezirk zum Kreis Yalta. Bis zur Deportation der Krim-Tartaren durch Stalin am 18. Mai 1944 war Alustar einer von drei Orten, neben Karasu-Bazaar und Bachtschüserei, mit einer krim-tartarischen Mehrheit, Bevölkerung. Angaben laut der Volkszählung aus dem Jahr 2001, Söhne und Töchter der Stadt. Tatjana Ustinova, sowjetische Geologin und Entdeckerin der Doliner Geiserau auf Kamtschatka. Jamala, ukrainisch-krim-tartarische Sängerin, aufgewachsen in Alustar. Alexander Nedo-Jesos, kasachischer Tennisspieler ukrainischer Herkunft.